Leila Lando Channel Mal erst mal beginnt. Schauen Sie sich! Hallo, ich bin Leila und habe heute etwas dabei, was für euch etwas zum Lernen ist. Wir machen heute den Buchstaben D. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nur drei Wörter. Lernen ist gut. D, den Buchstaben D. D, D, D. D, 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 D Und dann gibt's'sTEREF Fahne! W-Fi zu holen! Wir sehen den Ball, mit dem was man auch noch mal wiederholen. Es gibt noch mal noch nicht. Ah! Wenn der 3組 sieht, dann sich die 3 um nicht an. Drei 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 Das ist das. Drei 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 Drei